Musik Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin werig und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten. Baka, Bossnock wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Leiter verbessern. Ach komm schon, Baka. Das hab ich doch schon. Warum ist das wichtig? Das wirst du schon sehen. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Weriks Kontakt ist draußen entdeckt. Du machst dir langsam einen Namen, Kay. Weißt du, was das heißt? Dass ich dringend von Toshara weg muss? Das heißt mehr Arbeit. Ich hab ne hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh. Danke, danke. Kay, Wes. Es gibt da etwas, worum du dich kümmern sollst. Was? Du hast Arbeit für mich? Ich will persönlich mit dir reden. Komm ins Makal. Halt dich fest, Nix. Ich mediag an Benge. Ganz schnell. Höf. Gott, colour+. Gel하세요. Doefeier wird. Ich fühle mich nochmal. Immer wieder. Entwać mich. Achso. Am 1945. Leben. Nachbung. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh 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 Wir sind zu langsam Weriks Kontakt ist hier ganz in der Nähe Bleib wachsam, Nix Oh Das war's für heute. 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 Ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Das ist Zeit, eine Bombe zu legen. Das war's für heute. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Und was passiert mit ihnen? Du befreist sie. Das war's für heute. Ich bin nützlicher, wenn es zur Sache geht. Dann los. Komm, Nix, so leise wie ein Flüster. Ich bin nützlicher. 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 Sie haben sie erwischt! Hä? Hä? Sah! Was? Ich muss die Sabakschuldner bezahlen. Na schön. Schauen wir mal. Die Sabakschuldner bzw. Die Sabakschuldner. Die Sabakschuldner wurde auf dem Meinen von Fishermanける. Die Sabakschuldner wurde die Sabakschuldner. Die Sabakschuldner wurde vom Feier gebrannt. Wo ist jetzt die Kundenliste? Erst die Liste, dann die Bombe. Fünf Jahre, und das ist mein Lohn? Das ist gut. Ich muss nur noch ein paar Kredite abschöpfen. Oh, vielleicht ist die Liste auf dem Holopuck. Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft. Gib mir die Liste, und wir beide profitieren. Was ist mit Varric? Hutten-Schläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Weric hat mich angeheuert. Ich führe das zu Ende. Schade. Kein Verstecken mehr! Hier kann man niemandem vertrauen. Sehr gut. Na komm, Nix. Auf zum Generator. Ich muss die Sabak-Schulden abbezahlen. Sie werden schon sehen. Wo findet man heute noch gute Energiewandler? Ah, okay. Sieht gut aus, glaube ich. Hast du was angepasst? Ich hab nämlich nichts angepasst. Die Uhr läuft ziemlich schnell. Siehst du einen Ausweg, Nix? Es muss einen anderen Weg geben. Siehst du was? Nix, der Knopf, drück ihn! 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 Musik Also das war knapp Machen wir es genauso wie die Robuma Na komm Das fängt nicht gut Ich hab ihn gefunden Ich verziehe mich besser und funke Beric an Na lang, schnell Wir sind immer noch Freunde, oder? Schnell nix Beric, Auftrag erledigt Ich wusste, du kriegst das hin Ich assessment muss auch eine muss gehen arte Ich verstehe Tá oder oder jo nicht oder enfim ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 jagt das fass hoch aber pass auf sehr seltsam Oh Das könnte ich bereuen. Ich komm nicht durch den Schild. Bereit, Nix? Zeig sie! Ah! Oh! Über die rechte Planke! Der Schild ist zu stark! Gut, um sie eben an, Janet! Na komm schon! Alles klar! Sucht da drüben! In die Power! Sucht weiter! Ich seh' sie nicht! Bloß, sucht den Bewohner! Aber sicher! Oh, gut gemacht. Wir haben sie abgehängt. Das hab' ich noch gebraucht! Sie muss hier irgendwo sein! Ist hier jemand? Sieht sie jemand? Sieht sie nicht. Sieht sie nicht. Sieht sie nicht. Das sollte ich mir mal ansehen! Zehn! Ich bin hier. Ich bin hier. Kommt hier lang. Vergess das. Siehst du was? Ruhig. Konzentrier dich. Das krieg ich hin. Warte, was? Sie kommen in unsere Richtung! Schieß sie! Ich pack dich auch allein! Sie ist verwundet! Niemand klickt sich mit uns an und überlebt es! Puh, das war's! Ja! Bist du bereit? Ja! 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 Prüf mal die Zünder deiner Bomben. Es hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Deine Freundin Monda wollte sie für Crimson Dawn. Ha! Und du hast das geregelt? Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Ich mag dich, Kay Vess. Die Hutten wird's freuen. Jemand hat dir ein Geschenk hinterlassen. Es tickt nicht mal. Das Imperium arbeitet mit den Syndikaten. Sie sagen...